. 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 Ja, die braucht auch so einen Akku, ne? Das scheiß Ding, Alter. Das ist kein reiner Benzin mehr. Ganz vergessen. Was hat die noch da drin, ne? Das schleppen wir mal rüber schnell. Hitzeaufnehmen wir auch mit. Kriegst du weg auf den Flohmarkt. Ja, mit Gabe. Alles gut. Was sind denn diese, was kosten die denn? Die sind auch cool, Alter. Der nehmen wir mit. Fein damit. Das ist doch geil, Alter. Heckenscher geht auch weg. Zack. Sehr gut. Was kommen wir denn hier? Oh, das ist gut. Das ist gut weg. Wieder so voll der Bus, ey. Das ist auch cool. Oh, da fehlt eine Dose, glaube ich. Da ist nur noch Stinktee drin. Was ist das hier? Was ist das hier? Ist auch geil. Das machen wir auch mal mit. Das machen wir hier in den Karton rein. Dann geht das nicht kaputt. Da ist sogar noch Tee drin, Alter. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Glas. Das sind bestimmt nur... Kleiderbüttel drin, ne? Let's go. Nur, Freunde. Nochmal tanken. Tank ist leer. Feinsten Diesel, Alter. 5 Euro. Muss reichen. 1, 2. Und hinter mir auch schon wieder die Konkurrenz. Ist das eine Figur? Der ist schon groß. Aus Wirsen, Alter. Kann man sowas mitnehmen, Alter? Der stinkt zumindest nicht. Deswegen würde ich sagen, ja. Zack. Rein damit. Der ist gut. Oh, das ist gut. Das ist gut hier. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Das ist weg. Ich gucke nicht viel Spiegel da drin. Wer wird Millionär? Ist da drin, ne? Geil. Wir hatten auch erst hingeschmissen. Das ist gut. Oh, die Geier kommen hier. Keine Ahnung. Was ist da noch? Was ist da noch? Müsche an den Rahmen schnell. Da kommt nämlich der Geier wieder. Wenn der ganz ist, Jackpot. Wir hatten schon mal, das Lenkrad fehlt wieder. Natürlich. Scheiße da. Das ist schlecht und nervig. Aber wir schaffen es. Weiter gehts, Alter. Hier ist richtig gutes Potential, Jungs. Richtig gutes Potential. Was ist das? Ist immer so viel Zeug. Hier sind wir echt zu spät, Alter. Hier wäre mir schwierig was gegangen. Das ist ja alles zu sperrig hier. Oh, wieder B36. Schildkröte oder so. Das ist eine normale Puppe. Was bist du für eine? Mein Kopf da. Was ist hier drinnen? Da ist ein Kranz. Da ist nix. Neh mal mit. Ganz ordisch wieder voll. Was ist hier noch so? Was ist das da? Tadaa. Rockman. Da ist schön noch mehr. Hier ist noch was. Ich hab keine Ahnung was das ist. Nehmen wir mal mit. Alte Technik. Boah, was ist das denn der alter Klotz? Alter. Das ist geil. Nehmen wir mal mit. Hier ist noch eins. Altes Siemens Telefon. Boah, was ist das denn? Wunderwerk Menschheit. Das braucht man ja nicht. Das hier ist ein alter Dia-Projektor oder sowas. Aber da fehlt auch was. Die Telefone nehmen wir mit und das Ding hier. Auch rein damit. Keine Minute Pause, Alter. Keine Minute Pause. Ist ja das erste Fahrrad, was mal ganz ist. Das wär krass. Da ist noch ein bisschen Luft drauf. Da ist auch noch Luft drauf. Okay, die Bremse muss man mal fixen. Das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Kinderfahrräder laufen ja eh. Nehmen wir mal mit. Das ist geil, Alter. Das geht weg. Weiter geht's, Alter. Geht richtig was ab, Alter. Was ist hier los, Alter, auf einmal? Junge, Junge, Junge. Was ist hier drinne? Scheiße, hier sind noch Ordner drinne. Aber auch die rickste los. Da kriegste auch ein Euro pro Ordner für. Aber das machen wir jetzt nicht. Mit Sicherheit kriegste Euro. Hätte ich nix da. Hab ich gedacht, okay, Alter. Hier ist noch mal so viel Zeug. Guck euch das hier mal an. Ach, das ist falsch rum. Das ist der Boden. Guck mal, von Stabilo. Ne, oder was ist der Boden? Das ist doch der Boden hier. Ach, da war hier safe ne Glasplatte drauf. Ja, ja, 100%. Boah, das wär auch sick, Alter, ne? Ja, schade, schade. Aber ja, gut, ne. Danke trotzdem. Was liegt hier? Ist das ein Monopoly? Jawoll, das ist ein Monopoly. Das ist sogar noch komplett, ey. Boah, das nehmen wir mit. Das ist cool, Alter. Scheiße. Nehmen wir mal was gespottet, Alter. Boah, bitte sei gut, bitte sei gut, bitte sei gut. Boah, bitte riech gut. Ja, man, perfekt. Nehmen wir mit. 5 bis 10 Euro, Alter. 100%. Die riesen Kuscheltiere gehen nämlich. So. Das Fahrrad funktioniert. Boah, das sieht auch schon ein bisschen fertig aus. Ne, jetzt ist schon kaputt hier. Seht ihr das? Dann lasen wir mal. Kauf da auch keiner, Alter. Weiter geht's. Was ist das denn hier, Alter? Das ist alles. Telepeach, der Orgelspieler, Alter. Wär das nicht was Hartes, ey? Hör auf da. Hör auf da. Hör auf da. Hat's hier kein Scheiß, Digga? Hör auf da. Ach, das ist diese Pappfigur. Das ist auch voll. Das ist auch voll. Ey, ihr wisst, wie teuer die Scheiße ist, ne? Ihr wisst, wie teuer das ist. Das kostet richtig Kohle, hier schaust. Das ist alles voll, Alter. Das ist alles voll, Alter. Das ist alles voll, Alter. Hör auf da, ey. Die sind auch gut. Hier ist noch was. Habe ich was übersehen. Hier ist noch was. Doch, ist drin. Zack. Zack. Boah, ist das schwer. Alles drin. Das war geil, Alter. Das hast du mir erst mal noch nie gebracht. Alter, geil. Weiter geht's. Ich muss dir noch was erzählen. Ich bin noch vorhin durch meine City gefahren. Dann habe ich was gesehen. Schon über der Straße. Um sonst abzugreifen. Habe ich schon gesehen. Blu-Rays. Kann man alles mitnehmen. Kann man alles mitnehmen. Und dann war das hier dabei. Nintendo 3DS. Pokémon. Noch mit drin. Pokémon Dash. Wahnsinn, oder? Ich habe keine Kamera dabei. Sonst hätte ich das gerne gefilmt. Der Film. Also auf jeden Fall ein paar DVDs. Hier noch ein PS1 Spiel. Rock. Und direkt daneben stand diese Kiste. Und da habe ich nur so reingeguckt. Und habe direkt gesehen. Das musst du mitnehmen. Ich habe keine Ahnung was das ist. Das musst du einfach wahrscheinlich sehen. Das hier irgendwie Kameras oder Ferngläser oder sowas. Wie sieht das aus. Fernglas. Da habe ich gedacht. Das musst du einfach mitnehmen. Das ist wirklich geisteskern. Kameras. Eins. Zwei. Drei. Vier Kameras. Und irgendein Karton hier. Keine Ahnung. Genau das wollte ich nochmal mitteilen. Schauen wir mal. Hier stinkt schon ganz schön. Aber jetzt nur Müll. Hier sehe ich schon wieder was direkt. Kisten. Boah stinkt das. Das ist ja richtig ekelhaft ey. Boah mockt das ey. Boah kotze alter. Da. Rappen kacke alter. Gehe ich nicht ran ey. Sorry. Das gebe ich mir nicht alle. Das stinkt mir zu sehr. So. Kannst du ja auch hier lassen. Das ist ja Rahmen angemalt da. Kette schon am gammeln. Hör auf da. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wenn das nur eine Niete würde. Ist egal. Wir haben es probiert. Erstes Teil mal wieder gefunden. Riesenbär. Die Frage ist nur. Stinkt nicht. Nehmen wir mit. Einer haben wir verkauft. Jetzt können wir einen neuen holen. Zehner muss der bringen hier. Ja die hinteren ne. Ja. Ja. Und du schreibst du mit. Zwei kleine Batterie. Genau. Und eine mit Ladegerät. Genau. Was mit Ladegerät. Habe ich da in der Garage. Und dieses Fahrrad. Ja kostet Geld ne. Wahrscheinlich diese. Ja. Diese. Und Ladegerät ist keine. Verloren alles. Ja. Schlüsse dabei. Auch nichts. Auch nichts. Und diese zwei Stück wie viel. Ja. Schwierig. 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 Ja. Weiß ich nicht. Was sagst du denn? Wie viel gibst du denn? Was? Für die zwei. Weiß nicht. Kann ich nur fragen. Aber diese ist okay. 100 Euro. Ja. Und diese zwei. Auch 100 Euro. Auch 100 Euro. Danke. Diese ist für mich. Okay. Okay. Jawohl. Alles klar. Muchas gracias. Danke schön. Danke auch. Danke auch. Okay. Sehr gut. Ich danke. Danke. Ciao. Ciao. Tja Freunde. Die Elektro-Bikes waren ja eh klar. 100 Euro. War ja geschenkt. Die anderen beiden habe ich auch geholt. Fini haben wir jetzt auch tatsächlich ein bisschen wenig. Wenn ich gesagt 50 Euro für beide. Ja. Tja. War auch leider angesprayt. Macht halt gar keinen Sinn, dass wir hoch sind. Ja. Kommen wir dann Müll. Das ist finito, Alter. Das ist auch finito. Also auch nur Müll. Das war's für heute.